Sie war die Orgel des Monats Oktober 2016 bei der Stiftung Orgelklang, die 1860 von Philipp Furtwängler geschaffene Orgel in St. Matthäe in Gronau an der Leine. Für die damals geringe Summe von 2.565 Reichstalern baute er das Werk mit drei Manualen, 57 Registern und fast 3.600 Pfeifen. Eindrucksvolle 4,60 Meter lang ist die größte Orgelpfeife. Bei der anstehenden Sanierung wurden die Einzelteile des Instruments gereinigt. Der Spieltisch, die Manualklaviaturen und der Balk sind in Stand gesetzt worden. Jetzt ist die Restauration der größten Philipp Furtwängler Orgel der Welt abgeschlossen. Das hat die Kirchengemeinde St. Matthäe mit einem Orgelfest gefeiert. Endlich kann ihre berühmte Orgel wieder mit voller Klangespracht im Gottesdienst ertönen. Die Stiftung Orgelklang hat die Arbeiten als Projektpartner mitgefördert.